Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Notka Wolf, Beerdigung und Requiem, 6.04.2024. Wer war er eigentlich? Ersten der junge Notka Wolf. Notka Wolf wurde am 21. Juni 1940 in Bad Grönenbach, einem kleinen Ort in Bayern, geboren. Schon früh zeigte er eine tiefe Verbundenheit zur Kirche und zum Glauben. Er trat im Alter von 18 Jahren in das Benediktinerkloster St. Ottilien ein und legte dort seine Gelübde ab. Sein Weg zum Abt begann. Zweit, die Amtszeit als Abt. In seiner Amtszeit als Abt der Erzabtei St. Ottilien setzte Notka Wolf wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des Klosters und seiner Gemeinschaft. Er förderte den interreligiösen Dialog und engagierte sich für soziale Projekte. Unter seiner Führung erlebte das Kloster eine Blütezeit und gewann an internationaler Anerkennung. Notka Wolf galt als Visionär und moderner Denker innerhalb des Klosterlebens. Dritt, die Herausforderungen des Klosterlebens. Trotz seiner erfolgreichen Amtszeit musste Notka Wolf auch mit einigen Herausforderungen innerhalb des Klosterlebens umgehen. Konflikte innerhalb der Gemeinschaft und finanzielle Engpässe stellten ihn vor schwierige Entscheidungen. Doch mit Weisheit und Diplomatie gelang es ihm, das Kloster auf Kurs zu halten und die Stabilität der Gemeinschaft zu bewahren. 4. Notka Wolfs Erbe Nach seinem Rücktritt als Abt im Jahr 2000 hinterließ Notka Wolf ein bedeutendes Erbe. Sein Wirken prägte nicht nur die Erzabtei St. Ottilien, sondern auch die Benediktinerorden insgesamt. Seine offene Haltung gegenüber modernen Strömungen und seine tiefe Spiritualität inspirierten viele Menschen innerhalb und außerhalb des Klosters. Abtprimas der Benediktiner Im Jahr 2000 wurde er zum Abtprimas der Benediktiner gewählt, eine Position, die er bis 2016 innehatte. In dieser Rolle war er der oberste Repräsentant der Benediktinischen Konföderation weltweit. Als Abtprimas der Benediktiner trug er eine immense Verantwortung. Seine Aufgaben umfassten nicht nur administrative und organisatorische Angelegenheiten, sondern auch spirituelle Führung und Unterstützung für die zahlreichen Klöster und Gemeinschaften innerhalb der Benediktinischen Konföderation. Er reiste regelmäßig zu den verschiedenen Klöstern auf der ganzen Welt, um sich vor Ort ein Bild von deren Arbeit und Herausforderungen zu machen. Dabei stand er den Mönchen und Nonnen mit Rat und Tat zur Seite und half diesen, ihre spirituelle Praxis zu vertiefen und weiterzuentwickeln. Als Abtprimas der Benediktiner hatte er auch eine wichtige Rolle in der Bewahrung der benediktinischen Tradition und Spiritualität. Er setzte sich dafür ein, dass die Werte und Prinzipien des Benediktinertums auch in der modernen Welt gelebt und weitergeben werden. Seine Amtszeit als Abtprimas war geprägt von vielen Herausforderungen und Veränderungen. In einer zunehmend globalisierten Welt musste er Wege finden, wie die Benediktiner weiterhin relevant und wirksam bleiben konnten, ohne ihre eigenen Wurzeln zu verleugnen. Unter seiner Führung wurden neue Programme und Initiativen ins Leben gerufen, um die Benediktiner Klöster und Gemeinschaften auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Es wurden Partnerschaften mit anderen Orden und Organisationen geschlossen, um gemeinsam an sozialen und ökologischen Projekten zu arbeiten. Als Abtprimas der Benediktiner war er bekannt für seine Weisheit, Geduld und Bescheidenheit. Er war ein Vorbild für viele Mönche und Nonnen, die ihn als spirituellen Führer und Mentor schätzten und respektierten. Sein Rücktritt im Jahr 2016 markierte das Ende einer Ära für die Benediktinische Konföderation. Viele Mönche und Nonnen aus aller Welt waren traurig über seinen Weggang, aber auch dankbar für seine langjährige und engagierte Dienstzeit als Abtprimas. In seiner Abschiedsrede betonte er die Bedeutung von Gemeinschaft, Gebet und brüderlicher Liebe im benediktinischen Leben. Er ermutigte die Gläubigen, sich weiterhin für Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung einzusetzen und die Werte des Evangeliums in ihrem täglichen Leben zu verwirklichen. Obwohl er nicht mehr offiziell als Abtprimas der Benediktiner tätig ist, bleibt er weiterhin mit der Benediktinischen Konföderation verbunden und trägt dazu bei, dass die benediktinische Tradition lebendig bleibt und sich weiterentwickelt. Kapitel 3 Die musikalische Seite von Wolf-Wolf war nicht nur als geistlicher bekannt, sondern auch als begabter Musiker. Neben seiner kirchlichen Tätigkeit spielte er leidenschaftlich gerne Flöte und trat mit verschiedenen Musikgruppen auf. Besonders bekannt wurde er durch seine Auftritte mit der Rockband Feedback. Schon in jungen Jahren entdeckte Wolf seine Liebe zur Musik. Er lernte früh, verschiedene Instrumente zu spielen, doch die Flöte hatte es ihm besonders angetan. Mit ihrer sanften und melodischen Klangfülle konnte er seine Gefühle und Gedanken auf eine ganz besondere Weise ausdrücken. Seine musikalische Begabung fiel auch seinen Mitmenschen auf und so wurde er schon bald gebeten, bei verschiedenen Veranstaltungen und Feierlichkeiten aufzutreten. Ob auf Hochzeiten, Geburtstagen oder kirchlichen Festen, Wolf war immer bereit, sein musikalisches Talent zum Besten zu geben und die Menschen mit seiner Musik zu berühren. Als sich die Möglichkeit ergab, Teil der Rockband Feedback zu werden, zögerte er nicht lange. Die Bandmitglieder erkannten sein Talent und seine Leidenschaft für die Musik und luden ihn ein, als Flötist mit ihnen aufzutreten. Wolf war begeistert von der Idee, Teil einer Band zu sein, die mit ihrer mitreißenden Musik- und energiegeladenen Auftritten die Massen begeisterte. Die Auftritte mit Feedback waren für Wolf eine willkommene Abwechslung zu seiner Arbeit als Geistlicher. Hier konnte er sich ganz der Musik hingeben, seine Emotionen ausdrücken und das Publikum mit seiner virtuosen Flötenmusik faszinieren. Die energiegeladenen Auftritte mit der Band gaben ihm die Möglichkeit, sich kreativ auszuleben und neue Seiten an sich zu entdecken. Die Musik war für Wolf nicht nur eine Leidenschaft, sondern auch eine Möglichkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und gemeinsam Momente der Freude und Begeisterung zu teilen. Durch seine Musik schaffte er es, Brücken zu bauen und Menschen unterschiedlichster Hintergründe und Weltanschauungen zu vereinen. Die Musik war für Wolf ein wichtiger Ausdruck seiner Persönlichkeit und seiner Gefühle. Sie half ihm, schwierige Situationen zu überwinden und neue Kraft zu schöpfen. In den Klängen seiner Flöte fand er Trost, Hoffnung und Inspiration für sein weiteres Wirken als Geistlicher. Die Zeit mit Feedback prägte Wolf nachhaltig und ließ ihn weiter wachsen und reifen. Die Erfahrungen, die er also musammelte, flossen auch in seiner Arbeit als Geistlicher mit ein und halfen ihm, neue Wege zu gehen und alte Grenzen zu überwinden. Für Wolf war die Musik nicht nur eine Nebenbeschäftigung, sondern eine wichtige Quelle der Inspiration und Kraft. Sie begleitete ihn auf seinem spirituellen Weg und half ihm, seine Botschaften und Überzeugungen auf eine ganz besondere Weise zu vermitteln. Die musikalische Seite von Wolf war für viele Menschen ein faszinierender Aspekt seiner Persönlichkeit. Seine Flötenklänge berührten die Herzen der Menschen und ließen sie eintauchen in eine Welt voller Emotionen und Träume. Durch seine Musik konnte Wolf die Menschen erreichen und sie auf eine ganz besondere Reise mitnehmen. Eine Reise zu sich selbst und zu den verborgenen Schätzen ihrer eigenen Seelen. Kapitel 4 Autor und Redner Autor und Redner Er war nicht nur ein bekannter Autor, sondern auch ein gefragter Redner. Seine Bücher behandelten Themen wie Spiritualität, Gesellschaft und Kirche. Seine Vorträge waren bekannt für ihre Tiefe und Weisheit. Die Anfänge als Autor Schon in jungen Jahren zeigte sich sein Talent zum Schreiben. Sein erstes Buch veröffentlichte er bereits im Alter von 25 Jahren. Von da an ließ ihn die Leidenschaft für das Schreiben nicht mehr los. Er verfasste mehrere Bücher, die sich mit verschiedenen Aspekten des menschlichen Lebens und des Glaubens auseinandersetzten. Themen seiner Bücher Seine Bücher deckten eine Vielzahl von Themen ab, von Spiritualität und Selbsterkenntnis bis hin zu gesellschaftlichen Problemen und den Herausforderungen der modernen Kirche. Er scheute sich nicht davor, kontroverse Themen anzusprechen und zum Nachdenken anzuregen. Beliebte Werke Einige seiner Werke wurden zu Bestsellern und erreichten eine große Leserschaft. Besonders bekannt war sein Buch über die Bedeutung von Mitgefühl in einer zunehmend kalten Welt. Dieses Werk wurde in mehrere Sprachen übersetzt und fand auch international große Anerkennung. Die Kunst des Redens. Neben seinem Talent als Autor war er auch ein begabter Redner. Er verstand es, sein Publikum zu fesseln und durch seine Worte zu inspirieren. Seine Vorträge waren geprägt von tiefer Weisheit und einem klaren Verständnis für die menschliche Seele. Themenspektrum seiner Vorträge In seinen Vorträgen behandelte er eine Vielzahl von Themen, die von persönlicher Entwicklung und Selbstfindung bis hin zu gesellschaftlichen Herausforderungen und spirituellen Fragen reichten. Er bot seinen Zuhörern stets neue Denkanstöße und ermutigte sie, über den Tellerrand hinaus zu blicken. Die Wirkung seiner Worte Seine Reden hinterließen bei vielen Menschen einen nachhaltigen Eindruck. Sie regten zum Nachdenken an und inspirierten dazu, das eigene Leben zu reflektieren und Veränderungen anzustoßen. Seine Botschaft war klar und schien direkt aus dem Herzen zu kommen. Das Vermächtnis auch nach seinem Tod lebte sein Werk weiter. Seine Bücher wurden weiterhin gelesen und seine Vorträge wurden in Erinnerung behalten. Sein Vermächtnis als Autor und Redner blieb bestehen und inspiriert bis heute Menschen auf der ganzen Welt. Kapitel 5 Engagement für Frieden und Dialog Notka Wolf war bekannt für sein starkes Engagement für den interreligiösen Dialog und Friedensinitiativen. Er erkannte die Bedeutung von Bildung und kultureller Verständigung für eine harmonische Gesellschaft und setzte sich mit Leidenschaft für diese Werte ein. Schon früh in seiner Amtszeit als Abprimas der Benediktiner zeigte Notka Wolf sein Interesse an interreligiösem Dialog. Er organisierte regelmäßig Treffen mit Vertretern verschiedener Religionen, um einen offenen und respektvollen Austausch zu fördern. Sein Ziel war es, Vorurteile abzubauen und Brücken zwischen den Kulturen zu bauen. Notka Wolf war überzeugt, dass Bildung der Schlüssel zur Verständigung zwischen den Menschen ist. Er setzte sich dafür ein, dass Schulen und Universitäten den interreligiösen Dialog in ihre Lehrpläne integrieren und Schülerinnen und Schüler dazu ermutigen, sich mit anderen Weltanschauungen auseinanderzusetzen. Durch Bildung können Missverständnisse und Vorurteile überwunden werden. Eine seiner wichtigsten Friedensinitiativen war die Gründung des Weltfriedenstreffens der Religionen im Jahr 1986. Diese regelmäßig stattfindende Veranstaltung bringt religiöse Führer und Vertreter aus der ganzen Welt zusammen, um über gemeinsame Werte zu diskutieren und Lösungen für globale Probleme zu finden. Notka Wolf war maßgeblich daran beteiligt, diese Plattform des Dialogs und der Begegnung zu etablieren. Notka Wolf betonte immer wieder die Bedeutung der kulturellen Verständigung für den Frieden in der Welt. Er glaubte fest daran, dass der Austausch von kulturellen Traditionen und Werten dazu beiträgt, gegenseitiges Verständnis und Respekt zu fördern. Durch kulturelle Aktivitäten wie Konzerte, Ausstellungen und Workshops setzte er sich dafür ein, das Bewusstsein für die Vielfalt der Menschen zu schärfen. Ein besonderes Anliegen war Notka Wolf die Förderung von jungen Menschen als zukünftige Friedensstifter. Er gründete mehrere Bildungsprojekte, die Kindern und Jugendlichen die Werte des interreligiösen Dialogs und der kulturellen Vielfalt vermitteln. Diese Programme tragen dazu bei, die nächste Generation von Führungskräften zu inspirieren und zu befähigen, eine friedliche und tolerante Gesellschaft aufzubauen. In seinen zahlreichen Reden und Publikationen betonte Notka Wolf immer wieder die Verantwortung jedes Einzelnen, zum Frieden in der Welt beizutragen. Er rief dazu auf, Vorurteile zu überwinden, Konflikte friedlich zu lösen und im Dialog miteinander zu bleiben. Sein Vermächtnis ist eine Ermutigung für alle, sich für eine bessere und harmonischere Welt einzusetzen. Kapitel 6 Internationale Einflüsse Als Abprimas reiste er weltweit, um benediktinische Gemeinschaften zu besuchen und zu unterstützen, was ihm Einblicke in globale kirchliche Angelegenheiten verschaffte. Diese Reisen waren nicht nur geografisch weitreichend, sondern auch in Bezug auf die vielfältigen Erfahrungen und Erkenntnisse, die er dabei gewann. Seine Reisen führten ihn zu Benediktinerklöstern in Europa, Nordamerika, Asien, Afrika und sogar Australien. Bei jedem Besuch nahm er sich Zeit, um die Gemeinschaft kennenzulernen, mit den Mönchen zu sprechen und an ihren täglichen Gebeten und Aktivitäten teilzunehmen. Durch diese direkten Einblicke konnte er die Vielfalt und Einzigartigkeit jedes Klosters verstehen und schätzen. Während seiner Reisen wurde ihm klar, dass die Benediktinerregel nicht nur in Europa, wo sie entstanden war, sondern auf der ganzen Welt lebendig und relevant war. Die Mönche, denen er begegnete, waren alle bestrebt, nach den Prinzipien von St. Benedikt zu leben, unabhängig von ihrer geografischen Lage oder kulturellen Hintergrund. Ein besonders prägender Moment war sein Besuch in einem Benediktinerkloster in Indien. Dort lernte er Mönche kennen, die unter extremen Bedingungen lebten und arbeiteten, aber dennoch voller Freude und Hingabe waren. Diese Erfahrung öffnete ihm die Augen für die Bedeutung des Klosterlebens in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten. Während seiner Reisen nahm er auch an internationalen Konferenzen teil, bei denen Vertreter aus allen Teilen der Welt über aktuelle kirchliche Themen diskutierten. Diese Gelegenheiten ermöglichten es ihm, seinen Horizont zu erweitern und sich über globale Angelegenheiten in der Kirche zu informieren. Ein Thema, das bei diesen Konferenzen häufig diskutiert wurde, war die Rolle der Benediktiner in der modernen Welt. Diese Fragen beschäftigten nicht nur den Abprimas, sondern auch seine Mitbrüder auf der ganzen Welt. Ein weiterer wichtiger Aspekt seiner internationalen Reisen war der kulturelle Austausch. Durch den Kontakt mit Mönchen aus verschiedenen Ländern und Kulturen lernte er nicht nur über ihre spirituellen Traditionen, sondern auch über ihre Lebensweisen, Bräuche und Herausforderungen. Dieser interkulturelle Dialog bereicherte sein Verständnis von Vielfalt und Toleranz. Eine besondere Verbindung entstand während seiner Reisen zu einem Benediktinerkloster in Guatemala. Dort lernte er Mönche kennen, die sich aktiv für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte einsetzten. Diese Begegnung inspirierte ihn dazu, sich auch in seinem eigenen Kloster verstärkt für soziale Anliegen einzusetzen und sich für die Schwächsten in der Gesellschaft stark zu machen. Insgesamt waren die internationalen Einflüsse, die der Abt Primas während seiner Reisen erfahren hat, von unschätzbarem Wert für sein persönliches und spirituelles Wachstum. Sie halfen ihm, verschiedene Perspektiven und Ansichten zu schätzen und zu respektieren und lehrten ihn, die Vielfalt der kirchlichen Gemeinschaft zu feiern. Am Ende seiner Amtszeit als Abt Primas konnte er auf eine reiche Erfahrung zurückblicken, die durch die Begegnungen und Erlebnisse während seiner internationalen Reisen geprägt war. Diese Erinnerungen würden ihm ein Leben lang als Quelle der Inspiration und Ermutigung dienen, um weiterhin dem Ruf Gottes zu folgen und sich für eine gerechte und friedliche Welt einzusetzen. Kapitel 7 Förderung von Bildung Die Bedeutung von Bildung Bildung ist der Schlüssel zur persönlichen Entwicklung und einem besseren Leben. Pater Thomas war sich der Bedeutung von Bildung bewusst und glaubte daran, dass jeder Mensch das Recht hat, Zugang zu Bildung zu haben. Aktive Förderung von Bildungsprogrammen Pater Thomas setzte sich aktiv für die Förderung von Bildungsprogrammen ein, insbesondere in Entwicklungsländern. Er glaubte daran, dass Bildung ein grundlegendes Menschenrecht ist und dass durch Bildung Armut überwunden und Chancen geschaffen werden können. Sein Engagement in der Benediktiner Konföderation Als Teil seiner Arbeit in der Benediktiner Konföderation setzte sich Pater Thomas für die Förderung von Bildungsprogrammen ein. Er arbeitete eng mit anderen Ordensmitgliedern zusammen, um Schulen zu unterstützen, Lehrer auszubilden und Bildungsmöglichkeiten für benachteiligte Kinder zu schaffen. Der Aufbau von Schulen Pater Thomas war maßgeblich daran beteiligt, Schulen in entlegenen Gegenden zu errichten, um Kindern den Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Er erkannte, dass Bildung der Schlüssel zur Überwindung von Armut und zur Schaffung einer besseren Zukunft ist. Die Ausbildung von Lehrern Neben dem Bau von Schulen setzte sich Pater Thomas auch für die Ausbildung von Lehrern ein. Er glaubte daran, dass qualifizierte Lehrer eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten spielen und setzte sich dafür ein, dass Lehrer die notwendige Ausbildung erhielten. Die Schaffung von Bildungschancen für alle Pater Thomas war davon überzeugt, dass jeder Mensch das Recht auf Bildung hat, unabhängig von seinem sozialen oder wirtschaftlichen Hintergrund. Er setzte sich dafür ein, dass Bildungsprogramme für alle zugänglich sind und dass niemand aufgrund von Armut oder Benachteiligung von Bildung ausgeschlossen wird. Ein Erbe des Engagements für Bildung Pater Thomas' Einsatz für die Förderung von Bildung hinterließ ein bleibendes Erbe. Seine Arbeit trug dazu bei, das Bewusstsein für die Bedeutung von Bildung zu schärfen und Bildungschancen für benachteiligte Kinder zu schaffen. Sein Engagement für Bildung lebt bis heute in den Bildungsprogrammen und Schulen fort, die er unterstützt hat. Kapitel 8 Kulturelles Engagement Notker Wolf war bekannt für seine Offenheit gegenüber verschiedenen Kulturen und seine Bemühungen, das kulturelle Erbe der Benediktiner zu bewahren und zu fördern. Nachdem Notker Wolf zum Abtprimas der Benediktiner ernannt wurde, intensivierte er sein kulturelles Engagement und setzte sich verstärkt dafür ein, die Vielfalt und Schönheit der verschiedenen Kulturen innerhalb des Ordens zu schützen und zu fördern. Eines der zentralen Anliegen von Notker Wolf war es, die kulturelle Vielfalt der Benediktinerklöster zu erhalten und zu stärken. Er unterstützte Programme und Initiativen, die den kulturellen Austausch zwischen den verschiedenen Klöstern förderten und den Austausch von Ideen und Traditionen ermöglichten. Notker Wolf war sich der Bedeutung des kulturellen Erbes der Benediktiner bewusst und setzte sich dafür ein, es zu bewahren und zu schützen. Er förderte die Restaurierung und Erhaltung von historischen Gebäuden, Kunstwerken und Schriften innerhalb des Ordens und setzte sich dafür ein, dass diese Schätze der Menschheit erhalten blieben. Durch sein kulturelles Engagement gelang es Notker Wolf, das Bewusstsein für die kulturelle Bedeutung der Benediktiner in der Öffentlichkeit zu stärken. Er organisierte kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen und Konzerte, um die Schönheit und den Reichtum der Benediktinerkultur einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Notker Wolfs Bemühungen trugen dazu bei, die Verbindung zwischen den Benediktinern und anderen Kulturen zu stärken. Er förderte den interkulturellen Dialog und setzte sich dafür ein, dass die Benediktiner als Vermittler zwischen den verschiedenen Kulturen fungierten und so zum kulturellen Austausch und Verständnis beitrugen. Durch sein kulturelles Engagement konnte Notker Wolf das Ansehen und die Bedeutung der Benediktiner in der Welt erhöhen. Seine Offenheit und sein Respekt gegenüber anderen Kulturen machten ihn zu einem Botschafter des interkulturellen Dialogs und zu einem Vorbild für Toleranz und Verständnis. Notker Wolf hinterließ ein bleibendes Erbe des kulturellen Engagements innerhalb des Benediktinerordens. Seine Bemühungen, das kulturelle Erbe der Benediktiner zu bewahren und zu fördern, prägen die Ordensgemeinschaft bis heute und inspirieren die Mitglieder dazu, sich für den interkulturellen Dialog und die Vielfalt einzusetzen. Kapitel 9 – Die Veröffentlichungen Nachdem er viele Jahre lang intensiv über geistliches Leben und die Herausforderungen der modernen Welt nachgedacht hat, entschied sich der Buchautor dafür, seine Erkenntnisse und Gedanken in schriftlicher Form mit anderen zu teilen. Seine Veröffentlichungen sind mittlerweile in mehreren Sprachen übersetzt worden und haben eine große Leserschaft auf der ganzen Welt gefunden. In seinen Büchern behandelt der Autor verschiedenste Themen, die von Spiritualität und Meditation über zwischenmenschliche Beziehungen bis hin zu gesellschaftlichen Herausforderungen reichen. Sein Schreibstil ist geprägt von Tiefe und Weisheit, gepaart mit einer klaren und verständlichen Sprache, die es dem Leser ermöglicht, komplexe Themen leichter zu erfassen. Ein Buch, das besonders hervorzuheben ist, ist sein Bestseller Die Kunst des inneren Friedens, in dem er tiefe Einsichten und praktische Anleitungen für ein ausgeglichenes und erfülltes Leben gibt. Dieses Buch wurde in über 20 Sprachen übersetzt und hat unzähligen Menschen geholfen, einen besseren Zugang zu sich selbst und ihren inneren Ressourcen zu finden. Aber nicht nur Bücher zählen zu seinen Veröffentlichungen, auch zahlreiche Artikel in renommierten Zeitschriften und Magazinen tragen seine Gedanken und Erkenntnisse in die Welt hinaus. Seine Beiträge decken ein breites Spektrum an Themen ab und bieten dem Leser stets neue Inspiration und Denkanstöße. Besonders wichtig ist es dem Buchautor, dass seine Veröffentlichungen einen Beitrag zur Verbesserung der Welt leisten. Er ist überzeugt davon, dass geistliche Praxis und spirituelles Bewusstsein ein wesentlicher Teil der Lösung für die Herausforderungen unserer Zeit sind und setzt sich dafür ein, diese Botschaft in die Welt zu tragen. Mit jedem Buch und jedem Artikel, den er veröffentlicht, möchte der Autor dazu beitragen, dass Menschen ein tieferes Verständnis für sich selbst und für ihre Mitmenschen entwickeln. Er möchte sie ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen und sich von Ängsten und Begrenzungen zu befreien, um ein erfülltes und authentisches Leben zu führen. Seine Veröffentlichungen sind daher nicht nur eine Quelle der Inspiration, sondern auch der praktischen Hilfe für all jene, die auf der Suche nach größerer Klarheit und innerem Frieden sind. Durch seine klaren und verständlichen Erläuterungen gelingt es dem Autor, komplexe Inhalte verständlich zu vermitteln und den Lesern konkrete Handlungsanleitungen für ihr eigenes Leben mitzugeben. In seinen Büchern und Artikeln spiegelt sich nicht nur seine tiefe spirituelle Erfahrung wider, sondern auch sein Engagement für eine bessere Welt. Er setzt sich für Werte wie Toleranz, Mitgefühl und Achtsamkeit ein und fordert die Leser auf, ebenfalls Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen und zum Wandel in der Welt beizutragen. Mit jedem neuen Werk erweitert der Autor seinen Wirkungskreis und trägt dazu bei, dass seine Botschaft immer mehr Menschen erreicht. Seine Veröffentlichungen sind daher nicht nur eine persönliche Leistung, sondern auch ein Geschenk an die Welt, das dazu beiträgt, das Bewusstsein und die Spiritualität der Menschen zu fördern. Insgesamt haben die Veröffentlichungen des Buchautors einen nachhaltigen Eindruck in der Literatur über geistliches Leben und die modernen Herausforderungen hinterlassen. Seine Bücher und Artikel sind heute noch genauso relevant wie zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und regen die Leser dazu an, über ihr eigenes Leben und Handeln nachzudenken. Kapitel 10 Die Leidenschaft für Philosophie und Theologie Seit seiner Jugend hegte er eine tiefe Leidenschaft für Philosophie und Theologie. Diese Interessen begleiteten ihn durch sein gesamtes Leben und prägten auch sein Schaffen als Buchautor. In seinen Werken fand sich immer wieder die Spur seiner philosophischen und theologischen Überzeugungen. Die Anfänge, schon als junger Mann, begeisterte er sich für die großen Fragen des Lebens. Er studierte die Werke der berühmten Philosophen und Theologen und ließ sich von ihren Gedanken inspirieren. Sein Interesse galt besonders den metaphysischen Fragestellungen und den tiefgründigen Diskussionen über das Wesen der Menschheit. Die Auswirkungen auf sein Werk, die Auseinandersetzung mit philosophischen und theologischen Themen prägte auch seine schriftstellerische Tätigkeit. In seinen Büchern flossen seine Erkenntnisse und Überlegungen mit ein, was seinen Werken eine besondere Tiefe und Intellektualität verlieh. Er scheute sich nicht davor, auch kontroverse Themen anzusprechen und zum Nachdenken anzuregen. Die Verbindung zur Musik, obwohl seine größte Leidenschaft die Philosophie und Theologie war, vernachlässigte er nie seine Liebe zur Musik. Für ihn waren diese beiden Bereiche eng miteinander verbunden und beeinflussten sich gegenseitig. Die Harmonie und Schönheit der Musik dienten ihm oft als Inspiration für seine philosophischen Gedanken. Die Reflexion über das Leben. Im Laufe der Jahre vertiefte er seine Kenntnisse in Philosophie und Theologie und entwickelte eine immer differenziertere Sicht auf das Leben. Er reflektierte über die Sinnhaftigkeit des Daseins, über moralische Fragen und über die Beziehung des Menschen zu Gott. Diese Überlegungen fanden ihren Niederschlag in seinen Büchern. Die Kritik. Nicht alle Leser konnten seine philosophischen und theologischen Ansichten nachvollziehen. Manch einer warf ihm vor, zu abstrakt und kompliziert zu schreiben. Andere bezeichneten seine Gedanken als zu radikal oder nicht zeitgemäß. Doch er ließ sich von solchen Kritiken nicht bei Irren und blieb seinen Überzeugungen treu. Die Rezeption seiner Werke. Seine Bücher fanden bei einem bestimmten Publikum großen Anklang. Viele Leser schätzten seine tiefgründigen Analysen, seine klugen Gedanken und seine innovative Herangehensweise an philosophische und theologische Themen. Seine Werke wurden in Fachkreisen diskutiert und auch von Kritikern gewürdigt. Das Vermächtnis. Als er Jahre später auf sein Leben zurückblickte, war er stolz darauf, dass er seiner Leidenschaft für Philosophie und Theologie treu geblieben war. Seine Werke hatten dazu beigetragen, das Denken vieler Menschen zu prägen und neue Impulse zu setzen. Sein Vermächtnis sollte auch in Zukunft weiterleben und die Leser zum Nachdenken und Diskutieren anregen. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.